Ich rede nicht noch mal alter. Hurensohn. Ich rede nicht wie Hurensohn es verdient haben. Genau so. Ich war nimmer den Blanchiko. Im wahren Leben, im real life nenne ich dich genauso du kleiner Hurensohn. Trashdog ja mit Broken Builds. Jeder spielt hier mit Broken Build und Trashdog muss ich. Die sind die Ärzten. Die spielen halt immer. Egal welcher Patch das ist. Der Clan spielt immer das Broken Zeugs. Geh mal zu deinem Anwalt. 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 Das ist die Dark Zone du Trottel. Hier kannst du Hurensohn sagen alles sagen. Die Leute sind so zurückgeblieben hier. Hey hier ist die Dark Zone. Hier kannst du alles sagen. Geh mal zu deinem Anwalt. Geh mal zu deinem Anwalt. Geh mal zu deinem Anwalt. Nein ich geh nur am Trashdog mit Schrotflinte wieder. Es ist immer geil dass die mit der Schrotflinte mit Schilf hat an Nase erheben. Schau bis deppert. One Shot mit 1,5 Millionen. Ich war komplett volle Rüstung. Irre. Letzt. Wollt ihr mich nicht langsamer holen? Doch klar rüber rüber rüber. Ey diese Spaste ist mir verschrot. Ihr habt alles auf Rüstungsregulation auch noch. Schaut das mal an. Und macht One Shot. Ah Kalle wird dieses sehr ganz gutes. Das Rashford. Endlich. Installiert. Aber weißt du. Wir können ja Trashdoggen hier immer in der Dark Zone ja. Aber diese Wortlaut und dieser Slang über Hurensohn. Schon wieder Hurensohn. Halt dein Maul Junge. Halt einfach dein Maulata. Sonnt hat sich angenommen. Wir reden halt alle hier mit der Schrotflinte rum und schießen sich. Weißt du, wenn die wenigstens mal gescheit spielen würden? Boah ey der ist so alt alter. Der ist so alt. Den hab ich im Kindergarten angewendet. Du Schwachkopf alter. Was spielst denn du Punch? Dann spielst du jetzt noch immer dein TV-Set? Halt einfach eure Fresse. Kein Mensch redet mit euch. Ich lasse aber auch Exo-Masken drin und dann hab ich sie immer. Halt doch einfach dein Maul. 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 Komm komm wir gehen Mann. Ist deine Mutter hier oder was? Alter mit Schrotflinte alles. Hast du das gesehen? Der hat alles auf Rüstungsregeneration gehabt. Kindlich mit 1,5 Millionen. One-Shot. Mit Huren-Söhnen rede ich nicht nochmal alter. Huren-Söhnen. Huren-Söhnen. Die sind die Ärgsten. Die spielen halt immer. Egal welcher Patch das ist. Der Clan spielt immer das Flugzeug. Egal welcher Patch das ist. Ja, ja, geh zu deinem Anwalt. Geh mal zu deinem Anwalt. Geh mal zu deinem Anwalt. Geh mal zu deinem Anwalt. Das ist die Dark Zone du Trottel. Hier kannst du Hurensohn sagen alles sagen. Die Leute sind so zurückgeblieben hier. Hey, hier ist die Dark Zone. Hier kannst du alles sagen. Mach weiter gegen sie. Mach weiter gegen sie. Ja, ja. Wir wollen Multigroup. Ich hab, ich hab einen. Ja, ich hab auch einen. Der liegt fast. Du finischt mich jetzt. Geh weg, ich liege weg. Schieß im Abpackstand. Ja, jetzt bin ich auch weg. Diese Trottel. Dass ihr euch nicht einfach verpissen könnt, Alter. Das hat nichts mit euch zu tun, Junge. Was ist das Reden? Was haben sie für ein Problem? Das ist doch normal, Mann. Super Luigi Lufa, Alter. Wie sie alle immer Trash-Dog machen. Ich bin den Ergsten abgefuckt. Ich bin fucking der Trash-Dog. Super Mario Lufa ist hier. Ja, das hast du auch schon vorher gesehen. Der hat uns doch vorher schon gekillt. Natürlich wieder immer wieder ihm. Das ist doch alles in den Lämmer. Das ist doch egal. Wir gehen hier weg, da ist nicht. Meine Mutter, du Hurensohn. Verpiss dich. Schöne Lütte. Schöne Lütte. Schöne Lütte. Was dir dann selber nicht so peinlich ist hier so... ...ein Verhalten an dem Tag. Wie alt sind sie denn? Die hören sich ja alle Eltern an. Daher ein Kind wahrscheinlich und hier rennt sie herum, du Huhnsohn, du Huhnsohn, du Huhnsohn, da fragst du dich auch, ne? Ne. Dass irgendwelche 15, 16-Jährigen wären, ja, da würde ich noch verstehen, aber das... Einmal mit Profis, warum, ich muss jetzt wirklich mal alles hier speichern, über die ganzen Vollidioten, kriegen jeden Patch nur auf den Sack und macht nur immer nur easy. Machen wir 4 gegen 4, mit Punchen und Handicaps sogar, ohne Schroffrinne, ohne Einschäumen, ohne Schild. Schau mal, wie weit das kommen. Okay. Ohne Schroffrinne. Musst sagen, wir haben hier einen dabei, der was nix checkt. Die haben halt Hauptausausdeckung und hier keiner. Dann haltet's euch rechts. Rechts. Ja. Links, 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 links. Anna ist tot. Sog tot. Abtrünniger Agent in der Nähe neutralisiert. Abtrünniger Agent eliminiert. Negan-Kotter-Minute ausgerüstet. Abtrünniger Agent neutralisiert. Der Helikopter fliegt zurück. Hm. Was ist das Problem mit den Schrotflinten? Wenn hier ein normales Gameplay wäre, könntest du ja andere Sachen spielen. Was bringt dir das, wenn die 80% da nicht poppt? Weißt du, ich meine. Ah, ist eigentlich ganz zur Zeit auf. Oh, jetzt Spieß. Ja, geht's rein. Oh, Kalle ist tot. Ja, hab ich da ja gesagt. Jetzt spielen sie nicht mit Schrotflinten. Jetzt kommen wir mit sowas. Ja. Klar, da ist er schon tot. Da ist er drin. Ich hab keinen Schuss machen. Na, kann ich nicht so versaufen. Das ist der Geschütz. Du weißt es doch eh, dass die immer nur mit Eid spinnen, die ganzen Leute. Die schimpfen immer nur, wenn sie normal spielen. Siehst du eh, was dabei rauskommt. Das ist doch eh immer so. Weißt du, wie oft, dass ich die ganzen Leute hier schon, nur weil ich keine Videos drüber mache. Aber du hast gesehen, wie easy das ist, wenn keiner Schrotflinten spielt. Ja, wenn keinerlei, wenn keiner Schrotflinten spielt, ist es easy. Was willst du machen, wenn die... In jedem Patch gibt es halt so einen Scheiß. Vor die Schrotflinten... ...dann müssen die Schaden halt mindestens 50% eigentlich runternehmen, oder?